ja mit soße und dann mit mit knoblause genau ja ja das kenne ich auch stimmt krieg da war jetzt können sie kommen und die püren gas generator spinne und drei krieger war ja interessant sein das ist behindert wir müssen mich durch pushen was anderes gibt es gar nicht waffen ad die die ddl die design vom bild aus wie dieser ganz krasser bei dem man nicht kaputt kriegt der immer fliegt der die kriege daran sehen jetzt so aus die bauen die jetzt alle so wie eine eine oben zwei an der seite senkrecht ich kann aber mit vorfahren sie kommen gleich raus wir haben jetzt unterschiedliche taktiken der voll drauf war der plan gut ich habe zwei er klopft 600 200 aber mir geht es nicht gut und eklop 400 habe ich betont hinter uns kommt auch einer sein aber ich versuche der kack kalb ich weiß es nicht kittel der ist auf jeden fall voll im arsch der da wo ich jetzt drauf ballert dieser kühle die gesprung sie können fast ja das ist die die haben so viel feuer power einer ich würde sagen den kristen zu wollen der wäre halt noch relativ weit wie er aus und ich hab den mal gut getroffen die haben anscheinend keine gab ganz alles immer angenehm natürlich nicht 15 punkte sind drei krieg 16 haben sie also die zeichnung kommt ja die zeichnung kommt noch gut sein weil der ist die ganze zeit hinter mir ja ja der brennt der hat nicht aber ich hab ihn beide und er kommt da für laut ein führte und ne der ist auch nicht ach scheiße ich darf auch weiter wenn du triffst Also eine Cricut und eine Cyclone hast du gegen dich. Tarnung, 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 Tarnung und weg. Die Tarnung habe ich mir auch. Doch, war so super. War perfekt. Komm, der hat nur noch eine Cyclone. Ja, ist schön. Ja, sehr geil. Aber ich habe die ganze Zeit, ist ja, zeigt noch ein Typ hinter mir hergelaufen, dass man einfach schreien so. Aber gut. Wenn man stur an der Cricket bleibt, dann ist das kein Problem. An der Cricket? Doch, an der Cricket bleibt, ja. Du musst ja eine suchen und die musst du da pushen, bis die auch wirklich getroffen ist oder der Cricket. Das habe ich mit dem Club probiert, weil ich von vorher rot. der Ruder ist jetzt zu weit vorne alleine. Ja, wir machen das wieder. Ja, ja, ich bin auch dran, so aus ich bin, bis weiter weiter weiter. Der Vega ist nur noch so schnell mit den Spinnenbeinen. Ja, gut, aber ich habe noch eine Struktur, da muss ich noch ein bisschen ausweichen. Hier. Ja, ich haue durchs Wasser, das wird. Ich habe mich noch nicht. Ich habe mich noch ein bisschen abträgen. Aber auch 1700. Ich nehme mich noch näher ran. Ja, du musst durch, du musst durch. Ich gebe Vollgas. Ich habe so eine Reihe hier. Ich muss. Ja, der war zu schnell. 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 Ja. Na, Rola, du pusht immer weiter. Geh. Ja, das war Mario halt. Ja, 500 auf Thieven, so One. Bei mir war überhaupt nicht gelaufen. Da habe ich mir noch irgendwas gar nichts gebracht gemacht. Also wie haben wir geht. Phoenix 300. Und sie sind beide mitzunehmen. Jetzt kommt von hinten einer. Boah, der hat mich vollgetroffen. Der hat keine Cricket mehr. Lass hier mal, Vega. Dreht dich mal um. Genau. Killer für 600. Ich bin tot. Ist egal, haben wir. Na ja, Stevan hat noch alle drei Waffen. Ich habe genug Firepower noch. Wer schiebt mich da hinten? Der, der gehe ich noch. Der umgewaffnet Cycling. Okay, ich nehme es zurück. Wie gesagt, Stevan hat noch alle Waffen. Wo ist der? Ja. Mitte vor der Garage. Vor der Halle. Da kommt da. Der Killclaw sieht schon ziemlich im Arsch aus. Ja. Es ist wirklich. Es fällt unten. Es fällt mit dem einen. Mit Stevan da. Der eine Casper versucht durchzukommen und einzunehmen bei uns. Der eine Waffe ist der gedrehten Kanal. Ja. Weil ich sehe den immer nicht, Alter. Da ist es. Ja, ich verstehe. Mann, wie bauen die das denn? Du kommst nicht an die Waffen ran. Ja. Ja, der ist. Der geht nur rein. Ignorier den einfach. Da kommt er einfach weg. Ich glaube, der hat auch nicht mal alle Kriege gezogen. Mann. 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 also wie gesagt wenn dann zusammen also mittel wieder und durch bitte aber fangt direkt an zu feuern richtung halle oder ich kann fast durchgehend feuer einer ist gleise sollen wir auf den gleisen pushen 2 bin für die gleise 3 er kommt gleich so dass du so vielleicht durch wollen wir uns die typen phoenix 900 Heckloch 500, 200 400 und 200 Bin tot, Heckloch hat am meisten gekriegt Der hat keine Waffen mehr, für nix Keine? Nein, Cyclone? Oho, ich hab's nicht alle hier Ich bleib hier mal stehen Ich möchte noch irgendwas machen dran Die kennt nämlich auch aus wie dabei Der brennt, der Steven diesmal Ja, der andere Ja, jetzt ist das scheiße Ja, du kannst mich als Deckung nehmen Ich hab noch weniger als Touren Als Barkeit und Struktur Ich würde mich ja nicht als Deckung nehmen Du wirst immer, ich hab versucht, um mich rumzugehen Ich mach dir mal sichtbar, der geht nach hinten weg Der kommt jetzt von hinten Die kommen beide von hinten Ja, die sind beide rum Na, die sind rückwärts im Kreis hier Ja, ich glaube, er macht schon richtig, er setzt den ja nach Ich will nur, dass die Kühlung voll oben ist, wenn der kommt Kommt irgendwas Jetzt kommt der links Die brennen uns aus, ich bin weg Ja, schön Ach, das ist nicht schön Nee, nee, also Warte mal Also ich glaube, der hat nur noch eine gekriegt Schöße hin, mehr als eine Ja, das war Ja Auch noch eine Gleich schießt er Der braucht sich noch einmal zu treffen Ja, was wir da machen Jetzt, jetzt macht er Scheiße Ich sehe die Kricket nicht Doch, doch Das sind beide keine mehr Ich dachte, sie wären weg Das wäre so schön Ich komme nicht ran Doch, sie sind beide weg Ich sehe die Kricket nicht Ja, keine mehr versuchte der kieler versuchte der versuch wenn er sich sprengt aber ist egal du hast einen punkt der stimmte dafür die verrecken sehr schön da drin steht da drin steht da bitte noch ein punkt kurz denn er kann auch überfliegen punkt holen ja er muss aber das steht lang jetzt ja und auch von uns dass er nicht kaputt ratten und sich oder so deswegen schütze ich gerade mal eine kabine dann kommt da rechts im kanal jetzt kommt er aber nicht an meine kabine an aber da braucht sich nur so ja ja super geile sache cool wieder